Haben wir ein paar Stunden oder weniger. Hast du alles? Mehr ging nicht zu kurzer Zeit. Schalldämpfer, Munition. Keine Blendgranaten. Gute Arbeit, Nick. Nice. Schalldämpfer mit Maraziner weiter so? Reflexe schneller so. Kann ich beide auch? Ich bin beide. Ich hatte eine Scheiße. Gehört immer mit die. Welchen Teil war Nikolai da mal drin? Den kenne ich vor irgendwoher. Juri weiß ich. Ich weiß, dass du den schlechter töten willst. Das kranke Schwein kann man nicht tief genug vergraben, Sir. Du kriegst deine Chance. Aber fürs Erste brauchen wir ihn lebendig. Toll. Privet. Privet. Dobre утra. Privet. Nicht schlecht. Mehr kann ich nicht. Toll. Dann müssen wir ja Hadir finden. Aber, also Hadir finden wir, indem wir den verfluchten Geschlechter kriegen. Ja. Check. Okay. Hintertür. Okay. Jo. Ruhig bleiben. Wir haben Befugnis. Sag es ihm. Hier. Ich stehe. Sorry. Ich dachte, man kann. Er ist gar nicht die eigenen Dudes abknallen. Verflucht. Aber er steht ja genau vor mir. Wir haben Befugnis. Sag es ihm. Hier. Ich habe Tüten. Ja, ich mache es nochmal auf. Because I don't know. Okay, keine Situation. Oder runter. Ich weiß. Ja, alles klar. Das ist das Elfmissen oder was soll er jetzt hier gehört? Da ist er. Sieben, woher? Sondern Sie. Da ist er. Was machen wir jetzt? Neuer Soldat. Hadir. Ja, natürlich. Widerlich. Und wenn er tot ist, bringen wir all denen seine Wahrheit, die sich einmischen, wo sie nicht bestätigt sind. Sie in der Tat ist. Scheiße, sie aus. Heute Nacht. Echt? Überbringen wir der Welt unsere Botsche gehört. Nicht dafür. Ich bin schon klar. Das Abhaus. Feier. Behinderungen, Alter. Sicher. Alles gesichert. Ihm nach. Ich will ihn nochmal waffen. Kann ich das zweite Waffe auch vielleicht tragen jetzt? Warte, ich muss meinen eigenen Sound ein bisschen leiser sein, weil der wäre komplett bescheuert. Okay. Ich brauche... Ne, 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 warte. Warte. Warte, jetzt beide? Okay, jetzt habe ich beide. Super. Ich komme, ich weiß nicht mehr, wohin. Schnapp ihn dir. Ich... Schön. So, du Sau, schlägt, du bist zum Arsch. Die Tür zur Straße ist offen. Oh, fuck. Zivilisten ist ja mal super. Das laut sagen. Ich weiß nicht, wollte ich das sehen, da könnte ich ihn treffen? Könnte ich ihn treffen? Ist er hier irgendwo, oder ist er sowieso nicht da? Nikolaj, das Ziel bewegt sich in Richtung Norden. Bereithalten, P-Evonierung. Nicht tätig. Ich weiß, wo ihr seid. Sehr gut. Die Schülse, nicht sonst. Ja, wirklich. Folge ihm, ich fange ihn von der anderen Seite ab. Fuck, my life. Das ist ja noch. Das sieht man auch so scheiße mit dem gelben Ding. Doch eigentlich gut, aber... Wie, der schlechte... Ja, Entschuldigung. Granate. Fuck. Du Hure. Mir geht's gut, Sir. Das Ziel bewegt sich. Flusshofer. Was ist jetzt vielleicht wieder schneller? Alter. Lauf, Bratan. Der Feind, der verfugt ist. Yo, Raketen, wir haben uns eigentlich... Alter, na, ernst? Hä? Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh. Bro! Weil der so abzieht. Kannst du jetzt den Niggas sehen, oder? Der schlechter haut ab, hinterher! Ja, haa. Scheiße. Bin ich mit der Pistole schneller? Ich hab keine Ahnung. Fuck, my life. Bisst euch. Hab keine Waffe mehr, äh, keine Munizung mehr. Keine Waffe. Okay, da ist er. Ja, ich geh mal hoch. Alter! Dreckschwein, du elendiges. Wo stehst du? Bro, gib mir die AK. Ich dachte, da könnte ich denn kommen, wenn ich... Wenn ich nicht schnell genug bekam, oder? Du hast Verstärkung in Achtung. Wo zur Hölle kommen die nur? No, geh im Scheiße. Kein Lauf. Oh Gott. Hol das auf. Na toll. Eik saue elendiges. Er ist auf dem Weg zum Fluss. Er ist auf dem Fluss. Warte, wir haben ihn. Echtes? Nice. Gott. Wer seid ihr? Du Stück Scheiße. Halt die Krasse, dreckiger Mistkart. Einsteiger, Sergeant. Wo? Hier? Okay. Ach, es gibt ein Problem. Was? Der Motor streikt ein wenig. Natürlich. Oh Gott. Einfach reinholen sie über den Zeugkalt. Scheiße. Geil! Reinholen sie über den Zeugkalt. Ich bin tot. Jetzt habe ich nicht mal den Ding gekriegt, dass ich fast tot bin. Och du Gott. Okay, das wird lustig jetzt. Also. Warte. Kein Hurenboxer da, ihr Verfluchten. Ich weiß. Was habe ich gemacht? Was? Ach so. Junge, wir haben nicht so viel Zeit. Weil wir kriegen wir ins Gesicht. Dann feierlich. Okay, ich muss die Kops jetzt gar nichts. Ich habe abgeschafft. Heute noch. Erste. Geht raus, los! Alter Schwede. Wo sind die Chemikalien? In deinem russen Arschen. Du kannst mir nicht wehtun. Aber du, Käpt'n, du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, S.A.S.? Und du, Sergeant? Hey, schalte deinen Kopf rein. Der verdammte Penner. Wir müssen den Bastard brechen, Käpt'n. Genau das machen wir ja. Nikolai, wo ist das Paket? Ich bringe es rein, Käpt'n. Okay. Geh zu Nikolai, hol das Paket und bringe es her. Blöde Frage, was für ein Paket? Also das Paket, was ist da drin? Sergeant Garrick, das Paket ist drin. Was ist das? Drück-Mitte. Drück-Mitte. Aha. Trümpfe. Aha. Zum Verhandeln. Vielleicht ändert der Schlechter seine Meinung. Ja, auch geil. Und wie sollen die Guten sein? Ha, ha. Tor. Lassen Sie meinen Sohn. Wir tun, was Sie wollen. Mama, du bist Mamas tapferreicher. Und ich, wie sollen die Guten sein? Aha, ich lach mich tot. Ich hoffe, ich hoffe, für euch ist jetzt alles gut. Für eurem Papa zwar nicht, aber für euch nicht. Ja. Ich will wissen, warum wir hier sind. Kyle, du musst das nicht tun. Bist du dabei? Scheiße. Ich, ich will... Ich will nur ihn erledigen, du Arsch. Was hast du getan? Dein... Dein Sohn ist hier. Dein Kind. Hat kein Problem, Kindern weh zu tun. Ist das so, Kyle? Keins. Halt's Maul. Tar. Was hast du getan? Ich sagte doch, du sollst uns rasch halten. Captain, ich sollte gehen. Wegtreten. Nimm den Revolver. Was werden Sie uns antun? Bei mir ganz selber. Nein. Hey, hey, hey. Hey, nein. Nein, nein. Also, ich baller ihn ab. Ich habe keine Arbeit jetzt machen. Ich will das nicht machen. Also, ich würde... Ich würde dir weh tun. Ich tue dir weh. Das ist alles, was ich tun will. Ja. Na los. Erfschieß mich. Kann ich aber nicht. Töte mich. Oh, du Sau und du Erling. Na los. Töte mich. Und ihr werdet nie finden. Das ist ja immer ein Problem, Kyle. Was soll ich jetzt machen, Leute? Warte mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Stopp. Hey. 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 Sieh mich an. Stopp. Stopp. Dann rede, du Arschgesicht. Darf ich zu tun? Dann rede. Du schaffst dem Jungen aus der Botschaft. Okay. Okay. Stopp. Bitte. Dann rede. Lass sie gehen. Sergeant. Kett. Lass sie gehen. Sie wissen doch nichts. Ich warte. Bei dir und das Gas. Wo sind sie? Rede. Wir werden es nicht aufhalten. Es wird passieren. Nichts hier kann das ändern. Redet, du Arsch. Glaubst du redet? Los, schieß ja. Erschieß mich. Erschieß mich. Zeig deinen Käpt'n. Wie hart du bist. Jetzt le... Sie fixen. So kann ich aber die machen, soll ich. Euer Esel. Ach du Scheißhure, Alter. Ach du Gott. Du hast das Urteil gesprochen, Kyle. Ich würde den Sergeant hier nicht mit einer geladenen Waffe rumfuchteln lassen. Du musst dich zuhören, los. Also. Letzte Chance. Wo ist das Gas? Aha. Fick dich. Durchdaten, Sergeant. Nein, nein. Lass sie. Hört zu. Bitte. Hört mit zu. Hört mit zu. Dann rede. Nein, es stimmt. Das Gas ist dort. Karetka Theater. Ich schwöre es euch. Wo ist Hadir? Der Grünschnabel? Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Sag, wo er ist. Retter beschissener Russen. General Barkov ist längst tot. Wieso? Hattir. Erst wird der Barkov her. Wir sind hier fertig. Pack deine Sachen. Schlag, kommst du? Der Westen werden Krieg führen und uns in Friede lassen. Ihr Sergeant. Ich habe alles gesagt, Sergeant. Tu mir an, was immer du willst. Aber lass meine Familie in Ruhe. Passt. Das hast du verdient. Nein. So. Das Gas ist beim Karetka Theater. Sichern und melden, du kennst das. Nachher. Nimm den Wagen, er bringt dich aus der Stadt raus. Hadir ist auf Barkovs Anwesen. Er wird ihn töten. Und einen Weltkrieg starten. Nicht, wenn wir vor ihm dort sind. Garak. Stag ein. Gib Deckung. Okay. Nochmal eine Frage. Hat die, weiß ich, wer? Das wäre erst Barkov. Ja, bin da. Erst noch mal Barkov. Da hängt es mir jetzt gerade aus. Es gibt einen schmalen Grad zwischen richtig und falsch. Geht's mir jetzt nicht. Hey, Kontrollpunkt. Für uns. Macht das einen Unterschied? Die Straße ist dicht. Und jetzt? Draufhalten. Und wenn sie nicht ausweichen? Dann bricht gleich die Hölle los. Oh, ne? Drei Sekunden. Das ist reichlich Zeit. Du heilige Scheiße, Käpt'n. Nikolai hat uns gerettet. Wenn Sie uns folgen... Passiert nicht. Boss. Was zur Hölle machen wir hier? Wir räumen den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Als arm Geisel. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Kyle. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze. Wo immer du sie ziehen musst, Kyle. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Also wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel. Gut. Und jetzt zu Hadir, bevor er Barkov killt. Suchtrupp. Hadirs Leute. Sie suchen noch. Dann sind wir nicht zu spät. Holen wir uns Hadir. Bevor ihr im Barkov's Keller im dritten Weltkrieg anzettelt. Bis zum nächsten Mal.